Hey Leute, was geht denn von iDesignish hier? Heute wird es wieder ein bisschen winterlicher und zwar ich zeige euch diesmal, wie ihr diese wunderbare Landschaft kreieren könnt, nämlich Cinema 4D. Sieht man natürlich, dass es halt ein bisschen 3D ist, das kann man sicherlich noch realistischer machen mit Photoshop, aber ich hatte mir gedacht, zeige ich euch mal das mal in pur Cinema 4D, wie das dann geht und ich hoffe, euch gefällt es. Das geht auch ganz schnell. Als erstes einmal machen wir uns eine Ebene, ziehen die ein bisschen größer, ach ja und bei dem Video dabei werde ich auch noch ein bisschen was Neues lernen, was wir bisher noch nicht gemacht hatten in Tutorials. Also, ja, erstmal eine Ebene erstellen, dann ein neues Material hier und das ziehen wir einfach noch rauf. So, dann gehen wir hier auf die, also auf das Layout, die Anzeigen, die ihr hier haben werdet, beziehungsweise in den höheren Versionen, glaube ich, sind die hier nebendran oder sowas. Ansonsten haltet mal nach diesen Symbolen hier Ausschau. Das macht ihr dann BP UV Edit, dann kommt ihr in sowas rein, dann geht ihr hier auf Materialien, dann habt ihr hier die Materialien, in unserem Fall jetzt nur das Weiß. Dann klickt ihr hier mal rauf, dass nur, also das Gitter weg ist, das heißt nur das Material kommt. Dann geht ihr hier auf Textur, dann auf Texturkanal, dann auf Farbe, also warum ich euch das jetzt, warum ich das jetzt gemacht habe, werde ich später nochmal erklären. Dann lasst ihr die Einstellung, also geht ihr auf Schwarz und jetzt geht ihr auf Farbe hier und wählt Weiß aus. So, dann habt ihr hier an den Seiten verschiedene Werkzeuge. Gehen wir hier auf das Pinselwerkzeug. Dann habt ihr hier ein Pinsel, könnt ihr verschiedene Einstellungen machen, die Größe, die Deckkraft, ob das verschwommen ist oder nicht, die Härte. Und auch, ja, die Distanz, mit der werden wir auch ein bisschen spielen. Also wenn ihr die Distanz, habt ihr halt große Distanzen zwischen den Punkten. Wenn ihr das runterschraubt, habt ihr halt immer einen Strich. So, deshalb machen wir jetzt erstmal irgendein Muster rein. Heißt, das Ende vom Dienst sollte sein, dass wir irgendwelche Muster rein machen, so wie ihr euch eine Landschaft vorstellt. Also das heißt, mit irgendwelchen Fußabdrücken oder mit irgendwelchen Reifenspuren oder mit, ja, irgendwelchen Fußspuren von Tieren oder sowas könnt ihr euch ausdenken. Ich mache jetzt einfach irgendwas rein, heißt, ich mache jetzt die Distanz ein bisschen breiter und mache auch die Härte, würde ich sagen, ja, lassen wir ungefähr auf die Hälfte bei 50 und tippen da einfach mal so irgendwelche Striche rein. So, dann machen wir die Distanz runter, so, dass wir einen Einstrich haben und machen hier mal so Striche rein und ja, machen wir hier mal so Punkte, so auf, als ob jetzt irgendwelche Tiere oder Leute reingelaufen wären. So, dann machen wir die Größe ein bisschen höher, so, dass es halt nach Reifenspuren sind und jetzt werde ich euch mal etwas zeigen, beziehungsweise damit ihr das mal den Sinn ein bisschen dahinter versteht, warum wir das machen. Und zwar, wenn ihr jetzt weiß auch weiß habt, damit werdet ihr, also mit ganz weiß, werden wir, also das heißt bei uns die Reifenspuren machen, das heißt am Ende wird es so sein, dass das halt der Matsch zu sehen ist, als Matsch, also als purer, grauer Masse, oder braune Masse. Da wir das so ein bisschen haben wollen, dass es noch so ein bisschen verschneit wirkt, machen wir das vielleicht nicht ganz weiß, weil umso mehr hier ins Graue geht, umso weißer wird es. Weil das ganz schwarze, was ihr sehen wird, das wird alles der Schnee sein, beziehungsweise Eis sein, je nachdem, was wir dann gleich draufpacken werden. Deshalb machen wir es mal, denke ich mal, so hier. Und zeichnen wir mal so, irgendwas mal so Spuren rein. So, dann machen wir das mal ein bisschen grauer nochmal, machen wir dann hier, Spuren, vielleicht mal ein bisschen, und dann hier noch irgendwie hier. Na, hier hatten wir noch nichts, dann machen wir mal hier, ja, machen wir mal ein bisschen, ähm, die Größe ein bisschen kleiner. Ich hoffe, das wird jetzt was. Aber werden wir mal gucken. Noch ein bisschen ein paar weiße Stellen. So, jetzt. gehen wir hier wieder auf unser Layout und gehen auf Normal, also Standard. Aber das wieder. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns praktisch unsere eigene Ebene gerade erstellt. Das heißt, wenn ihr auf die Ebene rauf geht, dann guckt ihr auf Farben, haben wir praktisch jetzt unser eigenes Ding erstellt. Was eigentlich ganz nett ist. Das ist das, was jetzt das Body Paint, auch genannt, was ein bisschen neu ist. So, als nächstes einmal wollen wir hier so Unebenheiten erschaffen. Das heißt, wir gehen jetzt auf dieses Bending Ding, also nur gedrückt halten und wollen Displacer haben. Packen den Displacer hier rein. Und gehen bei den Displacer auf Shader und suchen uns unseren Shader aus. Bei Bilder gehen dann auf unser Dinges. Und dann gehen wir hier, wo war's, auf Objekt und haben dann die Höhe, können dann mit der Höhe spielen. Also können dann unsere Werte, je nachdem, rausstellen. Wenn es negativer geht, dann seht ihr, dann machen wir die Spuren ein bisschen tiefer. Weil wenn du das so nach Plus tut, dann haben wir die Höhe. Äh, nicht so schnell. Machen wir mal 11 oder 10. Dann drehen wir das mal und sehen ein bisschen, Okay, das ist jetzt ein bisschen zu glatt. Das wollen wir nicht haben. Wir gehen mal ein bisschen ins Negative. Minus. Ich würde mal sagen, gucken wir mal 40. Ich denke, dass 40 dürfte okay sein. Jetzt ist das Ding noch ein bisschen zu eckig. Deshalb gehen wir hier wieder zurück auf Shader und machen ein bisschen Spiel mit den Blur rum. Weil wenn ihr dieses Offset höher stellt, dann werden die Kanten ein bisschen abgerundeter. Allerdings geht dann die ganze Ebene wieder hoch. Ihr müsst dann halt ein bisschen abwägen, wie es für euch am besten aussieht. 10, 11. Ja, okay. Ist, denke ich, ganz schick. Ja, ist okay. Ich denke, was lassen wir so. Es sollte schon ein Fist-Totorial sein. Aber ich denke mal, bei den ganzen Texturen sieht es so oder so gut aus. Dann packen wir das Ganze. Ja, machen wir erst mal ein Licht. Dann schieben wir dann das Sticke mal hoch. Äh, sop. Und jetzt machen wir uns mal eine neue Textur. Also ein Doppelklick darauf drücken. Machen wir die Eis-Textur. Machen dafür dann Relev an. Also glanzlich haben wir und Glanzfarbe. Ja, bei Relev machen wir unsere Ebene rein, was wir haben. In dem Fall... Quatsch. Nee. Machen wir mal Alpha rein. Alpha. Weil Alpha heißt ja, dass es transparent wird. Und das habe ich nun etwas verwechselt. Deshalb gehen wir auf Alpha und Texturen und unser Bild. Sop. Haben wir unser Bild. Allerdings wollen wir das invertieren. Das heißt, jetzt haben wir nur die Spuren sichtbar. Wir wollen aber haben, dass der Schnee sichtbar wird und nicht die Spuren. Heißt, wir drehen das um. Also invertieren. Jetzt ist es genau andersrum. So, bei Relief gehen wir auf Textur, auf Noise. So, jetzt ist es ein bisschen tricky. Gehen wir mal rauf. Und jetzt wollen wir damit machen, dass es einen sehr kleinen Noise gibt. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf, sag ich mal, 30 bei der Größe. Und dann bei Kontrast. Das ist ein bisschen tricky. Da gucken wir mal. Gehen wir mal ein bisschen runter. Also wie gesagt, ihr müsstet es wirklich gucken, wie das für euch ist. Weil ich saß da etwas dran, um den genauen, richtigen Einstellungen zu finden. Und ich hoffe, er ist nicht abgestürzt. Nein. Ich posier mal ganz kurz. So, also ihr hättest doch überlebt. Super. So, also gehen wir mal rauf in unser Ding. Und jetzt, da war bei Relief Neues waren wir drin, also auf 30 Stellen ungefähr, sodass es halt kleine Körner sind. Dann gehen wir auf, okay, dann gehen wir auf Kontrast und dann machen wir das eine vierte, ne. Okay, gucken wir mal, also 41 oder 40 halt. Genau. So, dann gehen wir auf Alpha Amper. Glanzlich. Gehen wir mal auf 70. Wir wollen es so machen, dass, ja, seht ihr gleich. Das heißt, dass die Höhe, also dass es ganz hell scheint. 70, was war das? 80, glaube ich. Ja, dann seht ihr hier, dass es halt sehr hell wird. Und dann das Ding, die Abnahme machen auf 10. Ich denke, so ist okay. Ja, jetzt können wir machen Relief. Das kennt ihr sicherlich von Photoshop oder anderen Dingen. Wollen wir das als Ebene hinterlegen. Das heißt, wir gehen hier auf Text2, auf Ebene, gehen auf die Ebene. Jetzt hat er das halt hinterlegt. Die Ebene ist jetzt, also da gibt es ein neues Shader und eine Ebene. Das heißt, wir können das verschiedene neues Shader auf die Ebene entpacken. Das heißt, gehen wir hier nochmal auf Fader. Nochmal auf Ebene. Und, ja, okay, dann machen wir es direkt. Dann löschen wir das. Wum, 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 wum. Na. einfach mal rechte Maustaste und auf löschen gehen. auf Effekte, ne, Shader und gehen wir auf Neues. und gehen wir auf Neues. dann nehmen wir den Neues und ich würde mal meinen, den machen wir jetzt ein bisschen größer. Das heißt, den gehen wir mal, was nehmen wir da? Mal 400. also das ist wirklich sehr publik ist. Und das ist halt, ja, seht ihr gleich, sowas ist. Und mit dem Kontrast gehen wir mal auf 16, ups, das nach unten ziehen. Damit wir die Oberebene haben. Jetzt wollen wir das, dass es halt überlappt. Das heißt, momentan die Deckfläche 100% von beiden und das ist nicht so praktisch. Deswegen gehören wir hier bei Oberen, die so kleine, feine Körner hat. Gehen wir mal auf 20. Ungefähr. So, und das machen wir zu. Und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Das heißt, wir lösen unser Ding. Na. Na, achso. Jetzt hatte ich die zu versiegen gehabt. Also löschen wir unseren Shader. Ich dachte, er löscht die ganze Ebene. Und dann haben wir jetzt unsere Ebene. So, und die packen wir dann hier rauf. Und jetzt seht ihr, haben wir die ganze Ebene. Und was ich euch gerade erzählt habe, ist, wo wir das gezeichnet haben, dass überall, wo wir das, also, wir haben die verschiedenen Farbenmüster genommen und dementsprechend ist es halt auch, dementsprechend dann jetzt transparent. je nachdem, wenn wir sehr in schwarze gegangen sind, ist es sehr transparent. Und alles, was, ja, alles, was weiß war, damals war halt ein bisschen sehr transparent und alles, was in schwarze ging, ist es halt dementsprechend weniger transparent. Jetzt machen wir kurz noch den Matsch. Das heißt, wir kopieren uns diese einen Shader, stgc, stfv und doppelklick drauf und deaktivieren über den Alpha-Kanal. Und machen wir der Farbe, äh, was machen wir da? Gucken wir mal, machen wir einfach mal einen braunen Ton. Obwohl, machen wir ein Shader, machen wir ein Noise. Starmus. Quatsch, kein, 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 kein Fernersen, sondern ein Noise. Starmus. Da machen wir die Farbe dann braun, also, beziehungsweise grau, braun und schwarz machen wir auch braun. Ja, und schauen wir mal. So, dann wollen wir das Licht noch machen. Ich denke, also Licht auskriegen, das weiße. Gehen wir mal auf Glanzlicht weg, oder Glanzfarbe weg. Dann machen wir hier natürlich in Glanzlicht nochmal die, dementsprechend die Werte, Attribute, stellen wir runter. Gehen wir mal auf, keine Ahnung, 80, ne, okay, 80 nicht. Gehen wir mal auf 30, ja, super, 30, gut. 10 vielleicht, und, ne, ja, 10 und machen wir auch mal 12 oder 10. Ich denke, das ist okay. Und, packen das hier auf die Ebene rauf, machen, und dann gehen wir hier, weil das momentan alles überlappt, gehen wir hier auf den Shader und ziehen einfach nur hinter den anderen Shader. So ist das braune unter diesen Schnee-Zeugs. Und jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Wenn es nicht gut ausschaut, dann müssen wir was ändern. Ja, das sieht mal gar nicht so gut aus. Vielleicht drehen wir ein bisschen runter. Also gehen wir auf den Shader, machen von der Höhe vielleicht ein bisschen, äh, was haben wir da? 70 machen wir vielleicht. Ups, 70 und hier dann mal 60. Und eventuell auch farbig. Okay, kommt jetzt schon mal ein bisschen näher. Jetzt fehlt allerdings noch ein bisschen Schnee-Gefühl. Dann gehen wir noch mal rein in den Schnoes-Shader und gehen vielleicht bei Glanzlicht. Ach, da haben wir ja nichts drin, da wollten wir ja was rein machen. Gehen wir auf, also Glanzlicht, auf Textur, auf Noise. Gehen wir bei Noise rein, machen das wieder ganz klein, sag ich mal 5. Und minus 16 die Helligkeit. Damit wir halt diese Eisdinger haben. Schauen wir mal. Hm, immer noch nicht. Woran kann das denn liegen? Na, da sitzt man so lange mal dran, etwas zu suchen, also das hinzukriegen und dann ist der Vorzeigeffekt da. Das ist doof. Ähm, gehen wir noch mal in den Renerve rein, schauen wir mal. 17 ist eigentlich okay. Gehen wir mal hier rein, 400, sollte eigentlich gut sein. und 16, 16, 16, dann in den ersten Shader mal rein, 30, okay, eventuell kann man das mal ein bisschen kleiner machen als 30, aber, sollte eigentlich sonst kein Thema darstellen. machen wir mal da 10. Ja, okay, das sieht schon mal okay aus. Da, Alpha haben wir unser Ding, okay. Glanzlicht, okay. machen wir mal vielleicht ein bisschen höher. Abnahme, nee, okay. 10 ist okay. Glanzfarbe, ah, da ist es doch, da sollte, die Helligkeit, so wollten wir runterstellen, aber nicht 15, machen wir mal 10. eigentlich durch die Helligkeit sollte es doch eher dunkel werden. Ah, so, okay. Dann stellen wir das Ding mal auf, äh, Kontrast auf 0. Okay, minus 66 könnte jetzt ein bisschen zu krass sein. Ja, okay. Ich denke, so ist okay. Mh, die globaler Größe machen wir mal auf, ja, okay, 50, auf, ja, 10 lassen wir einfach mal. Und, schauen wir mal. Ja, das sieht doch schon nach eher aus. Super. Mh, suchen wir uns noch irgendeine passende Stelle, die besser für dich geeignet ist. Und jetzt sehen wir schon, gibt es halt diese, königenden Dinger. Wollen wir das natürlich noch ein bisschen, ändern. Das heißt, wir können das vielleicht sogar noch kleiner machen, als 5. und drehen mal ein bisschen mit den Strahlenwerten, dann vermischen sich halt die, hier oben, die Einstellungen. Und auf Muse 41, ja, okay, gucken wir noch mal den Rest. Machen wir vielleicht doch mal, ein bisschen stärker, mal gucken, wie es schaut. Ja, das ist ein bisschen zu krass jetzt. Schauen wir mal, nee, bei der ganz farb ist es ein bisschen zu, feinkörnig. heißt, ich verstellen die Paragraphen hier, die Attribute minus, machen wir mal minus 20. Und es sieht doch schon mal besser aus. Ja, okay. Das können wir theoretisch, denke ich mal, würde ich erst mal so sagen, okay, können wir mal lassen. So, jetzt machen wir noch das Matching hier ein bisschen. Gehen wir auf den Shade darauf. Gehen eventuell mal in die Farbe rein, schauen, machen, dass die erste Farbe vielleicht ein bisschen dunkler. Und dann, ja, das ist okay. Dann bei Renerve, also, Entschuldigung Leute, dass das so lange dauert. Machen wir den Neues auf 100. Schauen wir mal, und 30 ist okay, 30 ist auch okay. Dann in die Ebene rein, auf den Shader 400 ist okay, und der Kontrast ist aber 0. Schauen wir mal, vielleicht nehmen wir mal einen anderen Winkel hier. Vielleicht nehmen wir hier mal sowas. Und mal ändern. Ja, fahrende Schnee hier an sich, das ist schon mal nicht schlecht. Eventuell kann man bei den Schwarzen noch was machen. Weißt, wir gehen noch mal rein kurz. Also, wie ihr sehen könnt, das ist einfach nur ein bisschen rumgespielt, was es dann am besten ist. Mal sehen. 10 könnte ein bisschen zu... Ja, das ist super. 10, dann ist es... Ja, okay. Bei Renerve, also, wenn ihr reingeht, geht mal in den ersten Shader hier rein, und dann die große auf 10. Das ist immer am besten. Also, weil dann sind halt die... Ich nenne sie mal Körner beim Noise Shader halt schwarz und weiß sind halt enger zusammen. Beziehungsweise sind es halt kleiner und dementsprechend sieht es halt ein bisschen verschneiter aus. Kann man so sagen. So, dann schauen wir mal hier in den... Vielleicht kann man dann auch was nochmal drin tun. 400, gehen wir mal auf 50. Ich denke, das haut jetzt nicht mehr raus. Okay, kann man vielleicht so auch mal lassen. Okay, lassen wir es mal so. Gehen wir hier vielleicht mal in den Snow Shader rein, also vom Schnee her. auf Noise beim ersten und dann auf 10. Das haben wir auf 10. Okay. Dann gehen wir in den zweiten mal rein. Und den Kontrast auch 0. Oh, 400. Okay, dann machen wir mal 50. Schauen wir mal. Nee. Okay, 400. Alles klar. So sieht es doch super aus. So, dann machen wir uns eine Landschaft. Gehen wir hier rauf und machen eine Landschaft. Landschaft, Landschaft, Landschaft. Bevor wir jetzt weitergehen, machen wir eine Kamera. Wir gehen hier auf dieses Lichtsymbol, auf Kamera. Damit haben wir schon mal die Kamera positioniert. Deswegen können wir hier jetzt weiterarbeiten. Nehmen dann unsere Landschaft, ziehen die auch nach draußen, ziehen die ein bisschen weiter hoch und dann ziehen wir die ein bisschen in die Breite. also haben wir hier die drei Punkte. Die ziehen ein bisschen auseinander und auch ein bisschen hoch und auch ein bisschen nach außen. So. denke so ist, okay. Dann kopieren wir das. Drehen das mal ein bisschen. Ja, okay. Und vielleicht können wir das auch ein bisschen verändern. Vielleicht wir uns kleiner machen. Döner machen. Und dann nochmal auf der anderen Seite. Da ist es dann genauso. Machen wir es ein bisschen kleiner. Damit die halt nicht alle identisch aussehen. So. Für die Farbe kopieren wir uns das hier. Und dann Snow Shader Doppelklick und nehmen auf nur Nehmen Quatsch Alpha raus. Und packen das auf die Landschaften. Eventuell müssen wir nochmal was am Neues machen. Oh. Gehen wir in die Kamera. Da rein. Aber 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 machen wir jetzt eine ganze Szene fertig. Heißt jetzt machen wir noch um dass es schneit. Das heißt wir gehen hier auf unser Lippe wo haben wir wo die Kügelchen draus kommen nehmen den Ermittler und ziehen den nach oben und jetzt habt ihr diese Fläche hier. Die drehen wir dann. Drehwerkzeug und so dass es halt 90 sind. Das heißt hier in den Koordinaten seht ihr das das ist bei minus 85 heißt ich würde es bei minus 90 haben minus und dann 90 und dann gehe ich auf skalieren und ziehe das Ding größer so dass es ungefähr über die ganze Fläche reicht und mache das dann ein bisschen ziehe das nach oben denke so ist okay somit dass man das nicht sieht und wenn ihr das jetzt die Timeline ein bisschen vorschiebt seht ihr da sind so Regentropfen manchmal und da macht ihr jetzt folgendes und zwar gehen wir hier in den Ermittler rein machen dann also mal dass es mehr wird erstmal machen wir bei edit 100 und wie ihr sehen könnt gibt es mehr und das gefällt uns schon mal so dann als nächstes machen wir das beim Himmel gehen auf dieses Lichtsymbol auf Himmel und dann machen wir folgendes und zwar machen wir uns erstmal eine Umgebung das heißt wir gehen hier rauf auf das Lichtsymbol Umgebung dann machen wir uns Texturen und zwar gehen wir dafür auf Datei Shader und nehmen uns den Pure Cluster also für die Schneeflocke und dann nochmal auf Shader auf Volume Tracer und dann und dann machen wir jetzt machen wir die Schneeflocke machen wir also gehen wir nur auf die Größe weil seht ihr gleich Also auf Form, Radius machen wir mal auf 20 und packen die Schneeflocke auf unseren Ermittler und den Pyrocluster auf die Umgebung. So, dann geht ihr auf die Umgebung und aktiviert Nebel. Wenn ich das jetzt rendere, dann seht ihr nicht viel, das heißt, wir gehen auf die Umgebung, weil das ist jetzt die Distanz sehr weit weg. Wir gehen deswegen mal auf 2, 1, 2, 3, 3000, da, wir müssen jetzt ranzoomen halt, seht ihr jetzt so, deswegen gehen wir dafür in die Kamera, ihr könnt es ganz schnell machen, wenn ihr die Kamera hier habt, dann geht ihr auf dieses Symbol und schwupps, seid ihr in die Kamera dran. Ich zieh ihn mal ein bisschen nach oben und jetzt seht ihr, ok, der Nebel ist jetzt ein bisschen dicht. Ich glaube mal, machen wir ein bisschen mehr, vielleicht können wir auf 3000 sogar hoch. 3000 sieht doch nett aus, ops, gucken wir mal beim Rendern, ja, ich finde es sieht doch gut aus. Jetzt ist da nochmal, der Boden ist jetzt ein bisschen sehr eckig, den machen wir kurz noch rund und zwar indem wir auf unser Nerb-Symbol gehen auf HyperNerb und packen einfach nur unsere Ebene in den Halbwanderb rein und jetzt seht ihr, es ist etwas abgeflachter. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus, dann aktiver noch den Atmetmeter, heißt jetzt seht ihr, regnet das ein bisschen, heißt wir rennen das und haben die Schneeflocken, ok, das sind ein bisschen weniger, deswegen gehen wir auf unsere Umgebung, ja, die Distanz, ok, fein, ne, wollten wir ja auf 100 Meter gehen. Zum einen auf die Schneekugel, um die, doch mal die Radius ein bisschen zu erhöhen, machen wir mal 50 und auch um unsere Dauer zu erhöhen, also unseren Editor, das heißt wir gehen mal auf unsere Schneeflocken, gehen auf die Form, auf Radius, gehen auf, ne Quatsch, klein machen, was haben wir, ja ok, 20, 30, ja, 30, gucken wir mal, ok, 25, aber warum waren 20 zu klein? Vielleicht hab ich das nur weich kurz, vielleicht einfach nur in falschen, das ist zu wenig, man. ja, eigentlich so ist es ok, also 20. Gehen wir hier dann auf unser Cluster und gehen hier einfach nur von Renner-Modus auf Dunstig, wie den Namen schon sagt, dass es so ein bisschen dunstig wird. Und, ja, so sieht doch schon mal ganz gut aus. Eventuell gucken wir jetzt mal nochmal in den Matsch, gehen wir rein und gucken wir mal, was wir dann noch raus holen können, zwar auf Glanzlicht. Ja, 30, 10 ist eigentlich ok. Ja, ok. Machen wir da mal ein 10 raus. Ja, ok. Einfach indem wir auf Relev geht und einfach die Stärke runter schraubt. So sieht es doch schon mal ganz gut aus. Ich finde, das hat doch was. Könnte schlimmer sein, könnte aber denke ich auch besser sein. Also, aber ihr könnt wie gesagt immer rumspielen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch am Anfang, das Malen ist halt wichtig, ihr könnt damit irgendwas jetzt, irgendwelche Spuren in den Schnee zeichnen, was ihr haben wollt. Und dort einfach mal rumexperimentieren. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, was ist soweit, was auch wichtig ist, was ihr euch am Anfang da gezeigt habt, wenn ihr die Höhe verstellt von der, also von den Displacer. Vielleicht können wir das sogar machen nochmal. Naja, können wir das sogar machen. Ähm, Objekt. Ja, gucken wir mal. Vielleicht sieht es sogar besser aus. Irgendwie kriegen wir halt das 3D nicht hin. No. Okay, jetzt können wir mal sehr krass gehen. Hm. Displacer Shader. Ah. Okay. Und die Blur Stärke könnt ihr natürlich noch ein bisschen verändern. Damit ihr das ein bisschen blurger kriegt. Ähm. Schrauben wir das mal ein bisschen runter. Ja, okay. So sieht es natürlich auch gut aus. Also könnt ihr machen wie ihr wollt. Ihr könnt es auch nochmal den Snow Shader ein bisschen verändern. Ich glaube da gibt es auch ein paar Makel, die ich noch ausbessern würde. Aber ansonsten, ich würde es jetzt nicht so lange halten, schon immer eine halbe Stunde. Und ich muss langsam auch ins Bett. Und beim Münzen würde ich sagen, ja okay, guckt einfach wie ihr machen wollt. Haut rein. Und ich würde mal sagen, ja macht das Beste draus. Eventuell könnt ihr ihn auch mal spielen. Weil wenn ihr die Glanzfarbe das noch ein bisschen sorgfältiger und besser hinkriegt. Warum habe ich hier minus 20. Oder eigentlich minus 40. Dann wird es halt ein bisschen schwärzer. Und dann habt ihr mehr diesen Eis. Dieses, äh, Eisgedöns hier drauf. Aber ansonsten würde ich sagen, okay, euch gefällt es bisher. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Comments. Ihr könnt auch gerne entscheiden, was ihr dann als nächstes machen werdet. Was ihr dann als nächstes Tutorial haben wollt. Ich hatte jetzt vor, nochmal ein paar alte Tutorials von After Effects hochzuladen. Also alles mögliche, das ich damals aufgenommen habe. Und deswegen, ja, hart Verständnis, wenn es nicht unbedingt so toll ist wie momentan die Videos. Aber, ja, versucht einfach euer Glück. Und ich würde sagen, bis dann haut rein. Bis dann. Radios machen auch etwas enger. Also ziemlich eng, so wie ihr das halt gerne haben wollt. Ähm, ich denke, naja, ich denke vielleicht noch ein bisschen größer. Ja, ich denke, es ist okay. Jetzt nehmen wir es erstmal ein bisschen hoch. Und haben wir dann die Röhre ausgewählt. Und gehen dann in die Höhe. Verstellen die Höhe noch. Machen die ein bisschen kleiner. Setzen das Ding drauf. So, dass es ungefähr, also wieder rein geht. Hier in das.